Hey du, Pussy! Mach ich aber nicht, ha! Am Sonntag, das nächste, das Video am Sonntag dann. Der Gruß zum Sonntag. Ja, es gibt nämlich, also ich meine, ihr könnt euch eigentlich selbst, aber nein. Ich meine, ich könnte sogar ganz gemein sein und sagen, dass es noch nicht so ist, wie es eigentlich ist, weil nicht alle Sachen, es ist schwierig jetzt das so zu erklären. Also lasst mich in Ruhe. Ja klar, mhm. Ich darf nur eben nach links gehen schießen. Meh, meh. Achso. Double Points. Erstmal nachladen. Nanananananananananaana... Nananananananananananana... Oh, ich hab nach rechts gehen, ich hab eben nach rechts gehen geschossen. Jetzt muss ich mich umbringen. Im Springen schießen. Tut schon. Naja, okay, die Hammer. Das ist doch der. Nee. Nuh. Ja klar, überleb halt alles. Dreck Sau. Na, okay, okay, ich will mal nicht so sein. Von hier der Hilfe. Hey du Pussy. Uah. Uah. Also manchmal bin ich so ein bisschen behindert. Okay, okay, es geht aber noch ganz gut. Es geht noch ganz gut. Oh, schaut doch mal. Diese Hand. Ich kann anhand der Hand direkt sagen, warum die gestorben sind. Kann ich euch gleich sagen. Wenn ich endlich mal Zeit hätte, diese Hand zu analysieren, bitte. Also, ganz klar. Dieses Persönchen ist da. Seht ihr das? Kapaltunnel. Ganz schlimm, der Kapaltunnel. Da steht man ganz schnell mal fort. Und? Also, jetzt bin ich doch ein bisschen zufrieden. Au! Das hat Zauber getan. Dieses Weapon ist fucking amazing. Carpenter! Was leuchtet denn da hinten? Oh, der brennt einfach nur. Warum leuchten sie? Ich brenne. Okay. Was? Was? Ich will genau, ich kann... Ich will nur hunder der Brezion. Hunder der Brezel. Kann ich bitte mal jemanden Munition droppen? Hey, die Schwiegel. Was ist mit dir? Du Sackratte. Geneviève. Ähm, vielleicht komme dieser, dieser, ähm, Affe. Oh Gott, ich mach jetzt hoffentlich keinen Fehler. Oh oh. So, ich muss hier raus, ganz schnell. Ja! Das wäre jetzt schwer, die Runde gewesen, wo ich verreckt, oder? Ich verreckt doch immer in Runde 5. Aber jetzt hab ich sogar... Ne, jetzt hab ich ja Runde 6 sogar geschafft. Aua, aua, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Aua, es tut weh. Ja, Affe, it's Ape-Time. Oder soll ich eher sagen, Ape-Crime? Ja, ich mach manche für Ape-Crime-Werbung, auch für PewDiePie oder für Gronkh, weil... Ich werde mal angeschrieben, da heißt dann, lieber Killer, machst du bitte für mich Werbung, weil ich bin so klein. Viel Spaß und Gruß, Ape-Crime. Ja, die schreiben immer so ein kleines Gedicht, dann denk ich mir immer, ach Gott, die sind so süß. Und diese kleinen Herren muss man doch einfach unterstützen, die muss man doch einfach lieb haben. Oh fuck, fuck, wie macht man diesen Affen? Affe, bitte. Bitte geht alle zum Affen, nicht zu mir. Danke. Ihr geht auch zum Aff, oder? Oh, zu früh umdrehe. Oh, Insta-Kill. Na, das ist natürlich eine Sache, die ich schon länger nicht mehr gehabt habe. So, so, ich bin so hoch konzentriert gerade, weil ich auf keinen Fall wieder verrecken will. Welle 7. Vielleicht noch ein weiteres Fchen für den Herren. Was? Nee, nicht die Pimmelpiste. Kabumm! Gut, die Welle ist noch nicht ganz geschafft, aber ein Großteil vielleicht? Just a big, a big part of it? Oh nee, das sieht aber nicht gut aus. Wir sind direkt auf einen Zurennen. Wow, hallo! Meine Damen und meine Herren, jetzt ist aber Ruhe. Oh fuck. So, meins, die Welle ist geschafft. Also, eine Doppelatombombe war jetzt edel. Double Nuke, ja, hier bei Codzombies. Ich glaube, ich bin der erste Mensch, der das geschafft hat. Masseskubien kann einpacken. Gott, ich bin gefickt. I'm just fucked. Ich bin in mein eigenes Ding getreten, ich bin echt ein Tier. Wow. Au, au, au. Nein! Neun Runden, komm, scheiß drauf. Neun Runden reichen, ich muss jetzt eh telefonieren. Ah, ich will aber zehn! Ich hätte mich nach hinten stellen müssen, ne? Noch einen Affe legen, nach hinten rennen. Nee, ich hab's doch geschafft. Fuck! Was machen die Zombies da? Guckt's euch an. Die schlagen sich gegenseitig weg, die sind doch behindert. Okay, naja. Also vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Äh, die Endcard mach ich demnächst. Da ist eine Abmoderation immer dabei. Mit, äh, äh, vergisst bloß nicht, den Daumen hoch zu geben. Vergisst bloß nicht, mich zu abonnieren, deabonnieren, dann wieder abonnieren. Und, äh, sagt allen euren Freunden, dass es meinen Kanal gibt. Mensch, überall, auf allen, äh, Netzen. Myspace. Ja, teilt die Scheiße hin und her. Hallo, bis dann. Wuh! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.